Sollen wir wirklich um sieben Uhr machen? Wir provozieren. Du bist in einem anderen Rotbaden, aber ist okay. Hey! Wenn du den Wurststein hattest du wahrscheinlich gerne. Danke für deine Treue, vielen Dank. Ich habe kein Wort verstanden, nehmen sie weniger Lasagne im Mund. Schön, die schmeckt schon lecker. Ist da Pferd drin? Nein. Dann kann es keine gute Lasagne sein. Hallo Banco. Hallo, die sind Treppin. Hallo. 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 Kann eignet werden, darf ich mir zu dir? Ja, ich komme extra zum PD gerade, um da kurz Leitstelle noch fertig zu machen. Oh, okay, cool. Ja, ich muss nicht mehr so lang. Wo die Ortung ist? Äh, irgendwo am Arcadius. Ja, und los. Warte, mein Kopf ist kaputt, glaube ich. Nee, ich weiß wo. Fahre einfach. Das ist, äh, San Andreas 11 da, die Ecke. Ja, ich weiß schon, aber mein... Ach, jetzt geht's. Ja, geht doch. Geht doch schon wieder. Jetzt beruhig dich doch mal. Scheiße. Ich bin Gott. Ich werde nicht einen, ich werde nicht einen Pokal in dieser Runde bekommen. Oh, bei Schlüssel. Danke. Ja, das war nicht so schön. Aber ich werde nicht angehalten, weil ich bin ein rechtschaffender Burger. Aha. Wenn ich grad nicht im Dienstbuch bin. Aha. Da ist aber kurz in den Keller gerannt. Oh Gott, er kriegt keine Luft mehr. Er kriegt keine Luft mehr. Schnell blasen. Ich bin keine Luft mehr, wenn du keine Pizza isst, oder was? Ganz. Ja. Du kleiner. Ja, ja. Ja, wer ist ein feiner? Wer ist ein braver? Ja, wer ist ein braver? Ja, wer ist ein braver? Ja, du bist ja ganz ein braver. Ja, komm. Ja, komm. Zeig das Bauchy, dann gibt's Grauli. Ja, 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 ja. Ja, fein. Ja, fein. Ja, fein. Warum kenn ich nur behindern? Na was, nimm den Finger aus der Nase. Was geht? Wieso lachst du? Was ist das so lustig? Boah, die kann man mal angucken. Clay sucht den wie verrückt. Weißt du jetzt, wo das Auto ist? Nö. Suchst du immer noch? Ja. Okay, bis später. Okay. Das ist ein Arschlob. Okay. Auch ein Fallschirm gehen. Springen gehen. Mit Minirock. Und nix drunter. Hört sich das dann an, wie wenn man in so eine Flasche pfeift? Da musst du los in die Apotheke. Wenn mein Werk festartet ist, oder? Hä? Ja? Kuss Bruder! Nicht im Dienst Bahamas Lucci, ja, ja Du hast einen witzigen Namen Guck mal, du bist ein Pimmel Ja, mach mal schnell hoch und runter Witziglatze, Witziglatze Wie lang dauert es? Ein paar Minuten Äh, nee Nee, muss halt, also Nee, ich muss nicht Nicht gemeint von Ihnen, aber Ja, ich wollte es mal angeboten haben Alles gut Gut, dann schlafen Sie heute besonders schön Ja, dankeschön Alles gut, danke schön Auf Wiedersehen Oh, Barnabas Oh, Barnabas Jakobi, was machst du denn hier? Ach, komm mal mit Das ist die Katze vom Down Beruhigt euch, das ist die Katze Hobi Warum hat der Down den Muschig? Hobi ist ganz schlimm süß Äh, schwarze Zorn Yum, 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 yum Wow Zappen Das habe ich voll spät erst gesehen Die Streife 3 für die Leitstelle, komm Ich fühl mich so klein So, wie aber auch frech Aber auch witzig Aber auch ein bisschen witzig, ist okay Sie haben meine Kollegin zum Kotzen gebracht Achso jetzt, ne? Jetzt wird sich enden Wie das Die Reaktion kann man ja Kann man ja nicht erahnen, ne? Kann man ja nicht von aus Die Engelssingstimme Ja Ja Ja, warte Hey Noch so ein Wort, damit lackiere ich dir die Fingerlegel Das muss ich mal ruhig Auch gut Oh Oh Gib ihm eine mit dir, Alter Voll auf die Schnauze her Hilfe, Polizeigewalt, Hilfe, Hilfe, Hilfe Wir sind diejenigen, die sich nichts zu Schulden kommen haben lassen Die einfach nur von Herrn Milzen maltretiert werden Und wir versuchen jetzt, so viele Beweise gegen Herrn Milzen zu sammeln, wie nur möglich Er wird immer weiter versuchen, uns in die Ecke zu kriegen Und wir werden immer weiter Beweise sammeln Wir werden uns Zeiten aufschreiben, wir werden uns Daten aufschreiben Und wenn die Akte fett genug ist für Herrn Milzen Werden wir diese der Polizeiführung übergeben Ja, wenn sie gefällt Dann abfaut Ja Bis mag Hat meine Mutter zu mir früher auch immer gesagt Hat deine Mutter auch zu mir gesagt Oh, wow Südlich der Straße von der Staatsbank Gerade in Richtung Akku-Ali Über der orangenen Hut durch die Gassen durchgefahren Jetzt 1,40 davor Jo Was hast du denn abbekommen? Das hier so günstig Schönen guten Tag Detective Turpin vom NSG Hallöchen Hey, lass nochmal anfangen Ich hab die falsche Einfahrt genommen Lass nochmal anfangen, sagt der Ach, Digga, geht mir nicht ums Sagen Einfach 10 Schlüssel Ich hab die falsche Einfahrt genommen Scheiße, Mann Nicht, dass hier ein Auto kommt und die außerdem überfährt Na sowas aber auch Toll, jetzt ist ein Kratzer drin Ich denke, das Auto Wie war das, wenn wir zuletzt haben? Ich bin an der Platz am besten Na wenn da Hornhaut drauf ist Bruder, aber die ist gleich was anderes drauf Wie soll ein Wugnarbein Oh Gott Oh Gott Cleo Cleo, ab ins Bett Los Cleo, Alter Aber spiel den Mund mit deinem Haus Bitte Hast du das schonmal gehört? Ja, hier ist fertig Möchtet jemand? Klingt schon wie so ne Funkstörung Ähm Was ist los mit dir? Was glaubst du, wo ich bin? Warte mal Au, 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 au Hä? Was war das denn? Hilfe Ich komm gleich ins Piddy Ich komm gleich ins Piddy Im Piddy spukt Schönen guten Abend zusammen Guten Abend Guten Abend Wir sind auf der Suche nach Herrn O'Connor Wir haben sie jetzt schon ne ganze Weile beobachtet Und das, was wir von ihnen gesehen haben Ist auf ihr nicht geben, liebe Schossen Sie, Herr O'Connor Sind ein sehr schwieriger Mensch Sie begleiten die Position eines Sergeant des LSPD Eigentlich sollte man von Menschen in solchen Positionen mehr warten können Als ein solches Verhalten, welches sie an den Tag gelegt haben Sie sollten ein Vorbild für ihre jüngeren Kollegen sein Sollen sie respektvoll behalten Sollten in der Lage sein, stressige Situationen unter Kontrolle zu bringen und diese zu deeskalieren Sie allerdings tun genau das Gegenteil Sie bringen mit absoluter Zuverlässigkeit in regelmäßigen Abständen Situationen zur Eskalation In denen dies absolut unnötig ist Sie haben wiederholt bewiesen, dass sie leben Und das Leben all ihrer Kollegen Sie nicht im geringsten kümmert Sie verweigerten in der Vergangenheit wiederholt und aus unersichtlichen Gründen Den Kontakt mit ganzen Bevölkerungsgruppen unserer schönen Stadt Sie sind sozial absolut inkompetent Und haben die Regeln des respektvollen Umgangs miteinander entweder nicht verspackt Ja, wenn ich aber nicht Respekt bin, kann ich ja meine Waffe zählen nicht einfach erschießen, oder? Alter Hat der nicht Hat der nicht gemacht Jetzt müssen wir aber doch die sexuelle Belästigung von Automaten hier aufrechnen, ne? Es tut mir leid, dass ich dich unsinnlich berührt habe Du musst doch merken, wenn ich nicht feucht bin Du sollst das Zeug von der Straße runterräumen, Alter Komm schon, wenigstens das kannst du machen dann Sonst muss ich Sachbeschädigung aufschreiben Achso, ja, na klar Meinst du, kriegst du das alleine? Das ist ganz schön schwer Willst du ihm vielleicht helfen? Hey, hey, nicht zu festdrücken, sonst kackst du in die Hose Entschuldigung Er hat trainiert, er schaut doch schon Oh, das wackelt aber Wir sind kleidungslang, kann er gleich wechseln Oh Das ist ihm auf den Kopf gefallen Ja, ich auch, okay, ich glaub, der hätte das noch nicht geschafft Sitten hier in der Boring PD Hallo Hang auf Sitten hier in der Boring PD Tipping on de PC in de mache in de Knie Oder so Somebody kommt hin And just talk shit I'm not believing That is it That nothing ever happens I wonder I wonder I wonder I wonder Yes, they told me about it Look at the sky And all that I can see Is just the old Langweilige PD Hey Hey Hahaha Hahaha Ist ein ganz Fiegel da Putz Oh Das wäre so ein schöner Headshot gewesen Putz Oh Putz Oh Putz Oh Putz Oh Vorsicht Oh mein Gott Schnell weg! Schnell weg! Schnell weg! Ja? Wie könntest du die verlieren, Dörfel? Alter, weil du Arschloch mitten in der Einfahr steht, wo es ich rausfahren wollte. Das wäre der kürzeste Weg gewesen. So musste ich südlich um die ganze Scheiße rumfahren. Und dann hab ich sie verloren. Und dann war da... Was warst du, Raffi? Was? Auf dem Motorrad? Nein. Das war doch deine Fresse, die ich da gesehen habe. Wie willst du meine? Ich mein nein. Verdammt nochmal! Ihr habt euch bei so einer Scheiße nicht einzumischen! Bitte beim ersten Mal, bitte beim ersten Mal, bitte beim ersten Mal. Also ohne Witz sieht richtig gut aus, ne? Bin ich schon so ein bisschen neidisch gerade, ne? Oh meine Güte, man sieht, dass du dich freust. Und? Sind Sie der Herr vom Parkplatztreff24.com? Äh, nein. Äh, äh... 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 Nein, bin ich nicht. Wieso? Ich stehe auf dem Schlauch... Jetzt helfen Sie mir doch bitte! Warum stellen Sie sich denn auf Ihren Schlauch? Hören Sie auf damit! Nein, doch! Dabei helfen wir Ihnen definitiv nicht! Nee! Ihr Schlauch ist Ihre Sache auf dem Parkplatz! Hahahaha! Wir sind im Dienst, tut mir leid! Hahahaha! Hahahaha! Gut, dass ich rechts vor dem stehe, ne? Ja, aber an seine Schlüssel würde ich nicht rankommen! Ey, Alex! Aber ich an deine! Wie er guckt! Ich hatte den Stream einfach nur an, um deinen Blick zu sehen! Ich auch! Ist er doll sauer? Wann sehen wir dich denn dann demnächst bei Quetten, dass... Ich wette, dass ich die Samen meiner Kollegen am Geschmack erkenne! Oh! 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 Na dir zieh ich aber den Duden lang, mein Freund! Was für'n Duden? Ja! Merk schon! Man muss den Duden mitbringen! Ja, hast du das jetzt begriffen! Da ist'n Polizei! Versteh'cht du mich jetzt, ja? Aussteigen! wer sitzt noch in dem auto keiner wie keiner weiter 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 so für die 40 haben uns gerade angehalten haben gedacht wir sind sie sie haben ein bisschen vorschung hallo la 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 additive info motorradfahrer zuletzt gesichtet am verarbeiter vielleicht mal streife 16 zum gold verarbeiter anfahren und da in der näheren umgebung an